Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront 2 mit den guten Tyron Doppelrunde der Helden so suchen auf Kaschik ich freue mich ja schon auch mal geil geil und die dann ausprobieren weil ich ich weiß ich beide für die interessant sag ich mal auf den ersten Blick kann man eigentlich bei den beiden meinen dass das Vater und Sohn das aber geil ist quasi wie ein Vater ja wir haben die beziehungsweise allein die das wie du so geklickt hast Alter wie er den Lee dann in den Arm genommen hat und weil keulte mal das habe ich sofort bemerkt oder ja auch die Szene wo Lee bescheid bekommen hat dass er nie Ninja werden kann wo der Lee dann gecoilt hat und der Guy hat ihn in den Arm genommen und hat auch geweint wieso kann er denn eigentlich nie ein Ninja werden weil er so stark verletzt wurde von Gaara der kompletter rechter Arm und rechtes Bein wird ihn komplett zerstört alles innerlich kaputt lauter Knochenbrüche Alter diese Haaren Solo das war bei dem Kampf was ich dir reingeschickt habe bei dem Kampf wo ich ihn so stark verletzt jetzt wird er irgendwo Haaren ja ich aktiviere meinen Wirbel und er schießt mich dabei ich frage jetzt voll ab dass voll viele Leute Kylo spielen Alter ich will mich selbst nur spielen aber es geht aber jetzt ist immer weg ok ich wechsel den Charakter ich wurde im Sprung einfach ordentlich im Faktschock dann packen wir online Cut ich hab die alle so runder geklatscht ich hab nur meine ergeben in meinen kanal ich hab meine Gars angehauen mann ja die sind tot ich hab mich immer für die footsteps gehört du da? was du denkst du? kailo ist irgendwie absolut beliebt geworden nach episode 9 ja jeder spiel das ist echt recht ich will selber spielen aber es ist alles kailo fanboys geworden ich habe wirklich gedacht er kann nicht rumsen der post ist auch so stark die ganze granaten werfen ist so furchtbar oder generell seine schüsse oh wow kauen schätze ich lebe im klimat so lange dass ich ihn unterschieße das ist ein blitz einfach zu killen wow und so ist hier ich habe einen der ist der ist der ist der ist der ist der der ist der Er zieht mich ran, Nico. Ich spreche an der Decke ab und flicke nicht. Dicker, es ist doch so eine Dreckscheiß, Alter. Ah, Mann. Als wir irgendwann kaum Doku-Lachflash hatten, Nico. Ich hab halt die Folge angeschaut. Alter, hört sich mein Headstand immer so an, Alter. Ja. Ey, also, was ist das für eine Scheiß Qualität, Alter? Das ist sehr kack. Ich find das aber irgendwie komisch, weil, wo ich das Headstand hatte, hab ich mich nicht so angehört. Scheiße, verdammt was los. Ich denke, mein ganze Bruder ist im Löscher drin. Ich hab mich aber auch so gestört, weil... Das heißt, jetzt hab ich wieder in Bimbo-Headstand, wo ich mich scheiße anhör. Aber ich kann auch nichts machen, weil, was soll ich machen? Aber so hörst du dich eigentlich normal an? Das ist nur ein Ding? Nur ein Aufnahme, oder was? Ja. Alter, das ist scheiße. Oh mein Gott. Diese sind die Frutten von Treason. Auf Wiedersehen. Alter, sich da genau auf den Ast landen. Oh mein Gott. Das war gar nicht zu sehen. Ich hab's bemerkt. Ja, für den Depth ist er jetzt, Alter. Wow. Ich hab meinen Gas genau in die Lücke rein geworfen, so dass ich jetzt nicht... Das ist ein Teil von mir. Ich kann ihn. Wir haben jetzt einen Argument, wie ein Darklord von den Siedern. Oh mein, ich bin mir. Ich bin mir. Schicke. Schicke, Schicke. Schicke! Warum? Wader habe ich jetzt auf Stufe 91. Wie es aussieht, wird er mein Erster auf Level 100. Direkt danach dann Imby, der auch bald 100 ist. Dritter denke ich mal, wird dann höchstwahrscheinlich Anakin sein. Der Rest ist immer nur so 10-15 Level Unterschied bis dorthin. Weil ich die bisher am meisten gesuchtet habe. Wie schlecht. Wird aber langsamer Zeit, dass jetzt mal irgendwann mal demnächst mal wieder irgendwie neue Helden und Schuhen kommen. Zumindest mal ein, zwei neue Mal. Ich wollte, dass er zuerst als Soccer kommt, dass ich direkt nicht schwitzen kann. Aber direkt. Direkt. Ich habe mir das noch genau aufgefallen. Unabhängig von den Fähigkeiten, aber Charaktere, die ich besonders gut mag, kann ich von Grund auf etwas besser spielen als andere. Also ich finde, mit wem du immer gut spielen konntest, war zum Beispiel Yoda. Überhaupt nicht, Alter. What the fuck? Doch, ich fand schon. Also mit dem hast du schon ein paar heftige Runden gehabt. Gar nichts, Alter. Ich kann mir gar nichts sehen. Obi kannst du auch ganz gut spielen. Ja, wo kann ich Obi spielen? Ich habe mit der Hälfte seine Fähigkeit dieses Anfang und die Hälfte ist leider zwei Drittel. Was denkst du, warum ich jetzt auf der Map Yoda genommen habe? Warum wohl? Ich hoffe, die klatschen schön auf mich ein und dann tschüss. Du bist dann auch irgendwo, oh, ich stolz, bei einer Blase, dass er schön aufguckt, Alter. Oh. Gott, doch. Er ist wieder fliegen gegangen. Vor allem bei dem Video, Alter, als der geflogen ist, habe ich im Hintergrund noch gesehen, wie er von dem Dach runtergehauen ist, auf einmal. Und einfach nur durch die Luft gezirbelt ist. Ich habe mir das gerade nochmal angeschaut, ich muss mir das auch nochmal schauen. muss man darauf achten wenn er wenn er hoch ist das wird auch unterflogen die dächer sind breiter als der boden ist umfährt gut also auf dem dach aufs dach gezogen ist von mir und dann ganz rechts in die ecke auf wieder gut achten da wird durch die luft alter aber ich denke die alte jetzt sind jetzt hier ist unabschlogen los mann muss Njoll! Digga! 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 Alter, schüpf'n die jetzt hier alle über die Decke weg, Alter? Das ist doch lustig. Und, sind wir verfehlen? Mein Alli ist die Kraft und ein körperlicher Alli ist es. Die hoffen hier bei Out of Map in einen Glitch. Haben sie beide getötet. Oder Glitch, die hoffen hier bei Out of Map auf so einen Ast hier. Haben sie beide umgebracht. Oh Gott! Und ich hab' mich schon gewundert, was hüpfen die Hunde zu den Zwiebeln über die Dächer, Alter? So, der Scheiß. Ich hab' mir das Gefühl, dass sie gerade das Spiel nicht ernst nehmen. Glaube ich auch. Vor allem, weißt du, wie doof die waren? Ich dachte, die sind runtergeflogen. Was machen die? Die Joggedaune Mauten erst mal! Wahrscheinlich! Überhaupt nicht auffällig, Alter! Überhaupt nicht auffällig, Alter! Da fuck! Ich lauf' jetzt hier schon zum fünften Mal irgendwie gefühlt im Geist rum und ich fühl's ja nicht. Da musst du halt bei der nur Wahl laufen. Oh Mama! Tschüss Mal! Tschüss, Kaun! Ja, ich dachte, das war so. Er ist nicht hingegangen. Ich bin absolut nicht runtergefallen. Ey, was sind das für Gegner! Oh Gott! Ich mun wolke ich zum ersten Mal. Ich bin absolut nicht runtergefallen. Nee, oder? Nee, oder? Bin aufs Dach gesprungen. Bin abgerutscht. Und tatsächlich sind die Dächer länger wie der Boden. Ich bin aufs Dach gesprungen. Ich bin aufs Dach gesprungen. Zu safety, du musst fliegen. Darth Vader kommt. Alter, warum sind die so schlecht? Na, der ist auf dieses kleine Ding geflogen. Na, du, dann konnte ich auch nicht werden. Ah, der ist knapp bei uns der Kollege. Oh Mama! Das ist richtig stupid, du bist das, Alter. Richtig stupid. Was sind denn die stupid, Alter? Ich weiß ja, sie sind stupid. Mensch, sie sind stupid. Digga, was ist denn hier los? Ich kann halt nicht mal Punkte machen oder irgendwas. Ich fang die nicht mal. Ja, aber ich sehe sie irgendwie nicht existieren. Ah, der ist weiter. Oh. Okay. Keine Punkte machen. Bist du okay? Wer braucht das schon? Schei jetzt schon. Ich finde gar nichts. Oder ich finde welche und die sind direkt tot. Trigger. Wie sieht's, ne? Ich weiß ja nicht. Ich hab das… U 시 holt, das ist er. Ne, vielen Dank! Ich hab keine Dinge verfehlen, die Bombe. Uuhaaah... Ah, da vorne ist einer. Jetzt funktioniert der. nein aber Boah, er haut sie beide runter. Keine Chance, Alter. Kommt nix machen. Alles in Storben runterfallen. Ich will. Krasse Nummer. Wow, Alter. Ich freue mich auf morgen, da kommt die Infos zu Scarif, Alter. Bin mal gespannt, ob sie da noch mehr droppen. Wäre zumindest geil, ne? Geil, ne, ja. Richtig geil, ne? Ne. Oh Mann, ey. Warte mal, wie viele Kampfe waren das? Das war das erste Match. Ne, das war das zweite Match. Dammit. Doch, das war das zweite, glaube ich. Ich weiß es nicht. Leute, das war eine weitere Folge Star Wars Battle von 2. Wenn es euch gefallen hat, ich weiß es nicht. Wenn das jetzt ein Match ist, dann scheiße, Alter. Ähm. Wir werden sehen. Haut rein, Leute. Ciao. Oh. Das war clever. Tuck. But I doubt I'm feeling I'm falling. Falling for nobody else but you. Boom. Los. Weisler. Bleist. Los. 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 Los.